So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Together Mario Kart 64. Das letzte Mal hatten wir den Tower Cup vergeblich verkackt. Und Marco, bist du da? Ja, ich bereite mich grad mental drauf vor. Gut, als nächstes fährt Marco... Wieso muss ich Donkey Kong spielen? Ja, ich wusste auch, wie ich es spiele, also. Na und? So, als nächstes der Star Cup. Mit Zorbetland. Nein! Und Bowser's Festung. Und das ist ja die ewig lange Strecke. Na und? Aber wenn du da einmal runterfällst, ist das lustig. Ah, ich bin ja Donkey Kong. Jetzt spiel ich einen Fettsack, das heißt, mich kann niemand besiegen. Ja, Real-Life-Character halt. Doch, Wario ist genauso fett. Wie du? Ja, er ist so fett wie ich und du bist so fett wie Donkey Kong, aber da du fetter bist als ich. Nein, Wario ist fetter. Donkey Konger ist noch schwerer. Ja, das ist doch gleichzeitig fetter, du Idiot. Nicht unbedingt, man kann doch schwere Knochen haben. Der, der, wo mehr wiegt, ist automatisch fetter. Was, verstehst du daran? Na, schwere Knochen? Ja, klar. Ja. Ja. Wenigstens hab ich ein Argument gegeben, Punkt. Ja gut, das war schon ein gutes Argument, kann man schon so sagen. Ja, also. Halt's mal. Donkey Kong ist einfach muskulöser, deswegen ist er auch fetter, Punkt. Nein, seine Arme sind fett. Ja. Der Arme ist die Erklärung. Ey, aber jemand sieht jetzt besser aus als davor. Noch. Noch. Guck dir die an, wir sind die Vierergruppe. Das ist das Death Battle of History. Ja, wie ein MKV und ich bin der Erste Hitler. Ey. Aber dafür hab ich kein Item bekommen. Nein, bitte. Ah. Nein. Yes. Nein. So, war das. Ich wollte uns alle runterschmeißen. So, hätte das Vorabettel noch eine bessere Bedeutung. Jetzt muss ich den Triumph nach Hause holen. Nein, Banane. Er hat diesen Apfel, was erwartest du? Wo ist PJ? Der hat sich unsichtbar gemacht. Dodge das. Au. Wohin, lieb, der hat den Sock dodged. Oh, echt? Scheiße. Ja. Wohin, dieser Berg als kleiner, ey. So, ich bin jetzt wieder bald bei euch. Ich hoff's mal nicht, ey. Oh, PJ hat einen Fehler gemacht. Verdammt, ich krieg einfach keine Items mehr, verdammt. So, verdammt. Wow, ein Glück bin ich über die Banane drüber gestammt. Du hast sogar Windschatten bekommen, du. Wo bist du? Ich bin immer noch ein Headstar. Aber du bist wieder nah bei uns. Ich weiß. Und ein Bowser wird jetzt dran glauben. Alter, diese ganze Runde hab ich noch kein einziges Item. Doch, da wartest du doch. Nein, ich hatte kein einziges Item. Oh, Bowser! Übel, Bowser und ein Immer, gell? Ich komm nicht nach oben! Fettheit. Oh, oh, diese Shell. Ja, danke, sie hat Mario getroffen. Das ist das erste Item. Jetzt bin ich sauer. Warum das? Ich bin immer noch Letzter! Wie viel der Runde... Was ist es, ist erst immer noch die... Zweite Runde. Fakebox. Du hast einen Dodge bekommen. Keine Ursache. Dodge von was? Schock Dodge. Ich hab grad einen Blitz benutzt. Achso, hab ich gar nicht mitbekommen. Ey, die anderen fallen grad runter! Geil. Okay, nein, nur 13 runtergefallen. Das heißt, ich bin 5 da. Ja, sei doch froh, das ist wenigstens etwas. Ich hab grad die Ratchet... ...vergeblich. Wow! Wow. Wie kann bitteschön der Winkel immer so genau sein? Das ist 64 Logik. So, jetzt bin ich wieder in den Top 4. Sei froh. Das 4er-Battle gehört zurück. Das muss ich euch einholen, dann geht's wieder los. Ja. Du hast ja genug Zeit, die Strecke ist lang. Ich muss aber auch driften, sonst komm ich gar nicht voran. Ja, klar, Cheater. Ja, komm schon, ich bin immer noch fit und... ...du bist genau von der Karte ein Block weiter als ich. Ja, das ist doch gut. Ich mein, ich... ...ich fahr hier fair. Ich hab eine Runde ohne Items durchgehalten und war trotzdem erst da. Aber dafür bin ich runtergefallen, also bitte. Ja. Du wolltest ja mich runterwerfen. Wer dem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist selbst hineingefallen. Ich bin Dritter. Das ist jetzt... Alter, wen hast du überholt? Wario, gell? Wario. Wario. Wow, du bist ganz nah bei uns. Ja. Und es leckt's wieder. Das ist wundervoll, oder? Ich liebe es. Jetzt kommst du ein Blitz, oder fällst du runter? Bitte Blitz, bitte Blitz, schade. Ja, Gleck, hast du's bald? Hast du's bald? Boah, Wario hat grad übelst kassiert. Marco. Ja, ich muss mich hier konzentrieren. Ich rede eigentlich von deinem Internet. So, jetzt können wir wieder. Was ist los, ey? Ja, dein Internet, ey. So, nein, warum meins? Ich hab auch gar nicht. Du bist ja Player 1. Und du war... Ja, und allgemein hattest du ja den Host gemacht, also. Achso. Könnte vielleicht daran liegen. Könnte es echt. Aber egal, ihr müsst euch auch damit zufrieden gehen, so wie wir uns... Okay, jetzt nörst du ein bisschen. Garte mal. Okay, das wird jetzt langsam ein bisschen nervig. Ich hab nichts offen, ich weiß nicht. Ist egal, ist egal. Wir beten jetzt, dass das verschwindet. Auch wenn wir nicht religiös sind. Krüppelstart! Ich bete an den Telekom-Herrscher. Fuck. Nicht an den Marcel Davis? Nein, Marcel Davis ist leider 1&1-Maskottchen gewesen. Leider war er es. Ja, er war schon geil. Ja. Ich mein's ernst, Marco. Marco! Was denn? Dein Blitz. Ich hab da den Affenschrei hier im Lekt. Du musst bremsen, du. Warum denn? Weil du grad... Weil hast du nicht das Geräusch gehört? Doch, aber ich weiß nicht, wie ich bremse. Ich weiß nicht, wo meine Bremstaste ist. Ja, dann beschwerst du dich andauert, warum du dich andauert verletzt. Ja, ich hasse diese Logik, dass man beim Hin- und Herfahren rumgammelt. Das ist doch... Das macht doch ein bisschen Sinn, finde ich. Nein, das ist im normalen Kartfahren auch nicht so. Jetzt nervt's aber echt langsam. Ja, ich weiß. Wenn sich das in der nächsten Runde nicht ausbessert, nehmen wir das neue auf. Nein. Doch. Nein. Ich will meinen Sieg feiern und deine Runterfallung. Wir warten einfach, bis es sich gebessert hat, bevor wir das nächste Rennen starten. Oh je. Aber der Part macht es doch schon so ein bisschen müllig. Ne, das passt schon so. Es geht ja jetzt halbwegs wieder. Ja, aber trotz dir, das mit dem Ton scheißt mich grad ein bisschen an. Mich scheißt auch viel an. Zum Beispiel, wenn Thunfisch-Sandwiches ausverkauft sind. Du warst noch nicht in Thunfisch-Choro. Ja, der ist ja noch nicht veröffnet. Noch nicht. Aber es gibt privaten Online-Shop. Echt? Nein, man glaubst du's, wenn du... Das wär eigentlich lustig. Ich würd sofort was bestellen. Und dann kass ich einfach dein Geld. Ja, und ich kassier deine Sandwiches. Es geht wieder ein bisschen besser. Stell mich als Mitarbeiter ein. Ich hab gute Marketing-Ideen. Oh, es wird auf einmal viel zu schnell. Was ist mit dir los? Jetzt läuft's wieder flüssig, weil ich runtergefallen bin. Lutsch doch scheiße. Sie hassen dich so. Ja, jetzt ist der Affe endlich weg. Jetzt können wir wieder normal laufen. Gut, aber jetzt... Mario hat sich für Peach geopfert, ey. Alter, der Erste. Tot! Da läuft was definitiv falsch. Du bist Zweiter und ich bin Sechster. Das ist doch das, was richtig läuft. Nein, jetzt bin ich Fünfter. Penguin hat dich gemobbt. Ich darf nicht hinter dir ins Ziel kommen. Boah, ganz knapp, Joro, hä? Ja. Mario! Nein. Böser Fettsack. Yes! Yes! Nein, du Bastard! Ja! Bastard! Ich schlag deinen Vater zusammen! Ziel erreicht! Ich schlag ihn durch! Du hast ein Ziel! Yes! Alter, dann aber fahrt. Ich schwör's dir. Das ist Betrug vom höchsten Niveau. Boah, Peach! Ja, okay. Ich bin wieder bei den Top 4. Obwohl, das war ich schon davor, aber egal. Also ist es Royal Westway. Krüppelstadt! Was ist mit mir los, ey? Oh, je. Marco, da läuft definitiv was falsch. Ja, klar. Brems! Ich hasse diese Kurve. Ja, diese Kurve ist asozial. Der hat mich im LP immer geraged. Wow! Luigi! Wow! Ein Torter hinten dran. Ich hatte gerade auf meinem Bitschum überall tot und dann war er auf einmal weg. Wow, die Kurve! So. Jetzt leckt's natürlich wieder ein bisschen. Der, wo hier runterfällt, hat sofort verkackt. Alter, du bist gar nicht mehr so weit weg von mir. Aber das hüpfe ich wie eine Spuchtel, so. Wer? Nein, dann hüpfe ich wie Hitler. Aber leider weißt du nicht wie Hitler. Nein! Du Fettsä. Nein, 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 nein! War, 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 war. Abgesoffen. Nein! Ja, du auch! Betrug. Oh, genau vor der Fakebox, Anna, das ist gar keine. Aha, vergiss es. Fuck! Mob mich nicht, ja? Ich hab immer einen Ersatzschel bei mir. Einen. Was war denn das gerade für ein Geräusch von einer Piranha-Pflanze? Uuuuh. 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 So, ich hab die Kurve mal gut genommen, ey. Oh je. So. Oh, Choro, wir sind nicht unter den Top 4, wir müssen da erstmal noch hinkommen. Ich bin letzter, wie soll das bitte gehen? Ja, ich bin auch noch 15, nein, ich bin 6er, Top 4. Oh, nein, nein! Alter, jetzt hat er sogar einen Stern. Komm, own mal ein paar. Oh, du Hurensohn. Aber übelgeil gelegt. Ich hab kein Item, wie soll ich da mit jemandem mobben? Ich bin auch nur 7er. Choro, jetzt müssen wir Teamwork machen. Du und ich ein Teamwork machen, K64, also. Dann. NOSS! Was ist so f***? Das LP ist so geil. Ich hasse es schon jetzt. Der erste Part, der war ja nice, der zweite Part, der war ja für uns beide inakzeptabel. Aber der dritte, den hätte ich. Wie, ich will nicht zu Peach. Ich kann nutzen, das. Sag ihn jetzt, Mann, Choro, immer, wenn ich grad übel am Rage gewinnen bin. Guck mal, wie weit hinten ich bin. Es ist scheißegal, ich muss nur Vierter werden, dann kommen wir ins nächste Rennen. Ist mir aber scheißegal. So, kommt her. So, tot, 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 tot. Ja, ist gleich nochmal weg, ja, und. Möhrblock. Was, wann, wo ist der? Der ist auf dem Weg zu euch. Wo bleibt der? Der kommt gleich. Wenn er mich von der Brücke runterwirft. Wo? Gut, da war er. So. Wow, du kommst ja nicht mehr. So weit wie hinten bist du nicht. Ja, jetzt nicht mehr, aber jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt einen Blitz bekommen kann. Nicht! Jetzt schon wieder! Wie hast du das hingekriegt? Ich hab' ne Banane berührt. Und zwar die Banane. Doch. Ja. Gut, ich hab's geschafft. So, da kann ich dir jetzt mal zuschauen. Pfeifer gerade durch, gerade durch. Es geht keine Hoffnung mehr. Boah, da haben wir Baum, so im Stehen kann ich nicht erohnen. Betrug. Marco, ich werde dich in der letzten Strecke fisten. Und wenn es das letzte ist, was ich tue? Ich hab' dir doch gar nichts getan, ey. Fick dich. Yes! So, ich muss jetzt überlegen. Ich könnte theoretisch Zweiter werden, wenn ich euch alle Letzter mach. So. Wie müsst ihr uns alle bitte schön Letzter machen? Letzter, zweitletzter, drittletzter. Alles ist Letzter. Ich geb' aber mal. Warum mach' ich Krüppelstart? Irgendwie ist mein Skill grad verloren gegangen. Ja, ich geb' auch meinen ersten Platz nicht so einfach her, mein Freund. Und diese Strecke kenn' ich ja sogar. Wow, ich überneb' das noch. Aua! Marco. Wat war das jetzt für'n Leck? Ich weiß es nicht. Das hat mich jetzt grad so irgendwie erschrocken. Ich auch, ich dachte schon, Hitler wäre geboren. Geil, Alter. Scheiße. Ich auch nicht. Sorry, ich folge dir. Hör auf, wir zu folgen. Das war Brüderbauer, ey. Halt die Fresse, ich bin ein Affe und du bist ein Dino. Wir unterscheiden uns. Aber wir sind beide Urprimaten. Fick dich. Hä? Ja, ich, vor allem, ich bin ein Primat. Ich bin ein Dinosaurier. Ich bin ein, was bin ich eigentlich? Ein Reptil wahrscheinlich, ne? Nein, bin ich's nicht. Warte mal, was ist ein Dinosaurier? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ein Reptil. Das zählt zu Reptil, gell? Ja, das zählt zu Reptilien. Dachte ich auch gerade, gell? Ja, gut. Wow! Wie hab' ich das gemacht? Ey, Marius, er ist da. Du musst auf jeden Fall einen guten Platz holen. Wo ist der zweite Trump? Wirbte. Der wurde gerade zerstört, hab' ich recht. Marco! Ach, bist du das? Na, du, was? Geschieht dir recht. Ich hab' dich nur angefangen, aber da du so fett bist. Mal's bin ich wieder letzter. Geschieht dir auch recht, Mann. Ja, Joe, du musst aber wenigstens vierter werden. So dürfen wir's gleich nochmal machen. Nein, das wird nicht passieren, denn ich bin... Nein, warte, ich darf meinen ersten Platz nicht hergeben. Es gibt keine Hoffnung mehr für euch. Warum für euch? Du bist noch vierter. Noch. Warum krieg' ich nur drei Greenshells? Hier hat was Gescheites gebraucht. Äh, Redshells, meine ich. Ja, fuck, ja, natürlich, wenn man kein Item bekommt, ist man natürlich selber schuld. Warte, war Peach auch in den Top Ten? Ja. Scheißen. Peach war vor mir. Okay, dann kannst du nicht mehr erster werden. Warte, bitte töte sie. Ja, ich hab' keinen Müllblock oder keinen Blitz. Ja, ich auch nicht. Die Last liegt bei dir, Marco. Welche? Wer weiß, Last oder die... Nein, die Itemlast. Die Itemlast. Ich krieg' hier nie ein Item, außer die Fake-Items, woher die hab' ich auch fast. Das ist sowieso zu spät. Ist die schon im Ziel? Ja. Nein! Nein! Was darf? Ich war jetzt rückwärts. Du musst das Rennen beenden. Wie konntest du das nur... Alter. Ich habe die Fake-Box nicht kommen gesehen. Ich wär' Zweiter geworden. Fuck. Okay, aber das nehmen wir jetzt auf, oder? Ja, wir nehmen das nächste... Wir nehmen das zweite Versuch wieder auf. Alter! Der war oberpeinlich. Das war... Wow. Ich seh' so, du bist Zweiter, dann auf einmal fünfter, siebter. Meinde. Wie die alle mich so eiskalt eingeholt haben. Egal, so hab' ich ne neue Chance. Die beweist... Die liegt bei mir. Ich bin jetzt erster. Ja, ich bin zweiter. Das bleibt jetzt auch so. Das wär' geil, wenn's so bleibt. Ah, du Bastard! Meine Banane. Geh, du hast mich angewächst. Nein. Meine Banane ist nicht gelb. Woher willst du das wissen? Die Frage ist, woher willst du das wissen? Ich frag' dich, woher du das wissen willst. Ich hab'... Hallo, ich kenn' meinen Körper sehr! Ah! Ah! Ja. Scheiße. Du hast doch darauf angesprochen, also... Aha, aha. So bin ich doch Zweiter? Warum bin ich... Achso, ich dachte... Ja, egal. Achso, wenn man wieder auf dem Boden ist, dann wird das wieder markiert. Ja. Choro, ähm, wir sind schlecht. Was, du nicht sagst? Und ich dachte, du kannst das spielen! Ja, beim Multiplayer verkack ich halt eiskalt, weil du da bist! Ich mach' doch gar nichts. Lutsch' den Blitz! Du Bastard! Boah, ich wär' fast runtergefallen. Lutsch' einfach den Blitz. Ich hab' ihn doch schon gelutscht. Was willst du mehr? Lutsch' Wario. So. Boah! Nein! Pausa! Boat! Ey, guck mal, der von blieb mich! Hi! Hi! Wie geht's dir? Alter, guck mal, in diesem Spiel kann man so schnell aufholen, das gibt's gar nicht. Die Schrecken sind so klein. Fick dich zu... Was, jetzt schon wieder? Warum bist du immer noch da? Ich hab' kassiert. Was? 250? Ja, das auch. Weil er ist das eine, nach 18 Jahren mal wieder, damit auch nicht jetzt erstmal Bowser. Warum krieg' ich nicht einmal einen Blitz? Ich bin Joe, ich bin auch nur Viertel. Ich bin das Rennen bestimmt dreimal machen, ich seh's kaum. Wenn das der Fall ist... Dann haben wir ein Problem. Aber ein richtiges. Voll wie, ich bin gespannt, wie wir uns den Regenbogenboule verstellen. Warum fliegt die Fakebox? Scheiße, Regenbogenboule werde ich ja noch länger, die Strecke. Okay, ich bin dritter, Choro. Vielleicht kann ich unsere Ehre wieder herstellen. Deine Ehre, du Hure! Nein, ich kann meine Ehre nicht mehr herstellen. In dieser Strecke werde ich drift, ist mir egal, ob es jetzt eine Vereinbarung geht! Boah, wir sind alle wieder auf einem Fleck. Eine Fakebox! Alter. Ja, aber den letzten Part nehmen wir erstmal ein anderes Mal noch, bis sich dein PC mal wieder beruhigt hat. Nein, da kannst du doch hosten. Choro, wie kann ich rückwärts? Äh, mit der B-Taste? Du weißt nicht, wo die Bremstaste ist! Nein! Choro, wir werden verlieren! Ja, vielen Dank, Lex! Lex, du unterstützt uns verdammt nochmal sehr! Da ist Peach! Ich bin fünft! Nein, doch, ich bin fünfter! Ich kann auch einen überholen! Komm, 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 komm! Ja! Gut, ich habe unseren Sieg gerettet. Deine Mutter hat's gerettet, verdammt! Ich bin immer noch Sieg da! Ja, das interessiert mich nicht. Das ist ein Reinfall für mich. Glaub mir, im letzten Part wirst du das Opfer sein. Marco, wir nehmen da nicht mehr auf. Diese Legs machen mich fertig. Warte mal, ist das letzte, der Letzteren? Ja, das war die letzte Strecke. Und unsere Rivalen hast du hinten geschlagen. Das heißt, du behältst den ersten Platz. Nein, das bedeutet, ich glaube, ich bin nicht mehr Vierter! Bitte, bitte, bitte. Ja, um einen Punkt! Und du bist letzter! Ja, Mario! Ich liebe dich, Mario Kart! Der fette Affe hasst dich wirklich! Okay, aber ich werde jetzt bei dieser Siegerährung abbrechen, okay? Und das war's mal mit dem Part. Ich hoffe, euch hat's irgendwie gefallen. Falls ja, könnt ihr das Video gerne einen Daumen nach oben geben. Essen und Favoriten legen und wenn ihr vorliegt, dann ein Abo hinterlassen. Und ja, lasst uns rein. Also, ich fand den Part geil! Ja, halt die Fresse! Bis zum nächsten Part! Tschüss!